Der Fachverband Biogas kürt ja regelmäßig die Biogasanlage des Monats. Und heute schau ich mir mal die Anlage des Monats Januar 2021 an. Bin schon gespannt. Servus Michi. Grüß dich, Schorsch. Du, das sind jetzt eure Energielieferanten, oder? Ja, nicht nur Energielieferanten, sondern eigentlich sind sie unsere Milchlieferanten für unsere Molkerei. Unsere 55 Kühe, die produzieren eigentlich die Milch, aber die produzieren auch Gülle. Und die verarbeiten wir in der Biogas und wir nutzen den Strom von der Biogas und die Wärme von der Biogas in unserer Molkerei. Eigentlich ein geschlossenes System. Also wenn du die Anlage anschauen willst, auf geht's, Gemüt. Oh, das ist spannend, das interessiert mich. Zusammen mit Mais und Gras vergären wir unsere Gülle und unseren Mist in unseren Vermänder. Und das Gas daraus, das verstromert in unseren beiden BHKWs. Aha, und wieso habt ihr jetzt gleich zwei BHKWs? Naja, wir sind halt voll flexibel. Wir haben hier insgesamt 800 KW installierte Leistung. Im Schnitt laufen aber nur 250 KW. Ach so, also das meinst du mit Flexibilisierung. Ihr könnt also jetzt theoretisch auch einmal für 16 Stunden überhaupt keinen Strom produzieren und das Biogas in der Zwischenzeit speichern und dann aber für acht Stunden 800 KW Strom erzeugen. Ja, das ist ja wahnsinnig praktisch, zum Beispiel für den Winter, wenn sich die Windräder nur ganz langsam drehen oder Schnee auf den Solaranlagen liegt. Ja, also wir erzeugen im Jahr irgendwo 2,2 Millionen Kilowattstunden und können da 750 Haushalte mit versorgen. Die Wärme unserer Biogasanlage verarbeiten wir komplett in unserer Molkerei. Wir stellen Milch, Joghurt und Eis her und vermarkten das Ganze unter dem Label Rosakuh. Wir sind in Deutschland wahrscheinlich die einzig CO2-neutrale Molkerei. Insgesamt vermeidet unsere Biogasanlage zweieinhalb Tauben Tonnen CO2 im Jahr. Ja, das entspricht ja den Emissionen von rund 1000 Autos. Also die Auszeichnung zur Biogasanlage des Monats, die habt ihr wirklich verdient. Nein, es ist schon stark.